Reggae-People, are you right now? Put your hands in the air, let's go! Willkommen zum zweiten Teil von unserem Reggae-Jam-Spezial hier auf DRIN.TV. Es ist Sonntag, der 3. August 2014. 12.000 Besucher und über 60 Bands. Das ist das 20. Reggae-Jam-Festival hier in Bersenbrück. Wir haben mit dem Organisator Bernd Lagemann einen Kurztalk geführt. Doch dazu später sehen wir erst mal ein paar Impressionen vom heutigen Sonntag. Hey yo, Bersenbrück, you are the number one people! 10, Big Up Deutschland! 10, DRIN.TV! Wow! Dankeschön! Happy Birthday to you! Ja, ich bin geflasht, was in 20 Jahren aus einer Bierlaune entstanden ist. Wir haben vor 20 Jahren angefangen, oder mein Freund Michael Schumacher hat angefangen und hatte die Idee, wir waren zusammen auf Jamaica, ein Live-Konzert zu machen und haben dann zwei Live-Bands gebucht und ich habe als Soundsystem aufgelegt. Das war der Anfang und so ging es dann weiter. Es wurden immer mehr Leute. Jetzt ist ja der Reggae-Jam hier in Bersenbrück ja, man kann fast sagen, schon so eine Kultveranstaltung. Also die Leute, die hier sind, die kommen auch regelmäßig wieder. Wir hatten welche, die haben gesagt, seitdem sie 13 sind, jedes Jahr hier. Wo soll es denn auch hingehen mit dem Reggae-Jam? Also wir können nicht wachsen, wollen wir auch nicht, wir wollen dieses Gelände auch nicht verlassen. Solange wir die Genehmigung haben, hier was zu machen, finde ich, gibt es keinen schöneren Ort, um ein Festival zu veranstalten. Die Bestätigung kommt von den Besuchern, die Bestätigung kommt von den Artists und Musikern. Als ich das erste Mal hier performt habe, stand hier ein Lkw an der Seite mit aufgeklappter Ladefläche und in dem Lkw war ein Soundsystem und wir haben auf der Ladefläche gestanden und haben performt. So, Ladies and Gentlemen, dieses kleine Baby ist sehr groß geworden und erwachsen geworden. Reggae-Jam! Ja, wie ihr seht, hier ein paar Bilder aus den 20 Jahren Reggae-Jam. Wir befinden uns in der Ausstellung zu 20 Jahre Reggae-Jam. Wie man an den Bildern sehr schön sehen kann, befinden sich wenige weibliche Künstler darunter. Doch dieses Jahr auf dem Reggae-Jam in Bersenbrück, Ladies' Song. Wir haben sie interviewt, doch vor dem Interview, schaut euch an, wie sie hier den Klostergarten rockt. Musik My way to my success in reggae. I was born an artist. My dad used to be singing in the house every day. My mom used to love skia. You know, I grew up in church singing. So I knew from a young age that this was what I wanted. You know, and I was determined to get here. I remember working at a free zone factory, right, to sew. And first, as soon as I get my first paycheck, I say, I'm out. Because I used to sit there and just sing every day for everybody at the factory. And I'm like, I wasn't cut out for this. I'm going to the studio. So from a young age, I know what I wanted to do. And it was good that I found some good producers, you know? I mean, every song that I sing is special to me because, you know, I sit down and I wrote them all. And, you know what I mean? They're all special. They all mean something. So there's a few songs that I will be doing. Hopefully I get them in the lineup that I would like to express certain my concerns about certain things, social issues, you know what I mean? So there's one called Soldier, Real Born Soldier, and then one called Demo Murderer. So we hope people I could get those in because those are special to me. Reggae jam, are you ready? 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 Musik 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 Musik